Mein Name ist Rudi Bauer, ich bin Professor für Pharmakognosie an der Universität in Graz und ich bin hier das erste Mal beim Aromaforum. Ich habe Frau Hoch letztes Jahr, 2018, in Österreich kennengelernt auf einer Tagung und bin eben da in diese Szene vorgestoßen, weil wir uns eigentlich mehr mit Arzneipflanzen allgemein beschäftigen und eben vor allem an der Qualitätsprüfung, an der Wirksamkeitsprüfung und auch an den Wirkstoffen interessiert sind und hier viel Forschung machen. Und diese Kombination als Forschung und Anwendung in der Praxis, denke ich, ist eine sehr gute.